Was's up und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder Face of the Franchise. Wir starten direkt rein, ohne lange zu labern. Okay, wir simulieren, das ist gut. Mal schauen, was passiert. Ah, okay, erstes Spiel und wir spielen gegen die Cleveland Browns. Mal schauen, wie das wird. Lauf selber und mach das Ding rein. So geht es. Let's go. Und der nächste. 14 zu 7. Oh, ne Witz, Alter. Es ist so ein lächerliches Spiel. Ich habe eine Sekunde Zeit und dann habe ich schon einen, äh, kassiere ich schon einen Sec. Also es sind schon sechs, sechs passiert. Es ist so lächerlich, das Game. Ja, haben wir verloren, aber wundert mich auch nicht. Also es war mehr als gescriptet. Da kannst du mir nichts erzählen. Mehr als gescriptet. Oh, Mann, Alter. Dieses Spiel macht mich so fertig, Leute. Sorry. Wieder einen neuen Typen. Oh, das ist interessant. Ich gehe mit... Wir haben Derrick Henry. Wir brauchen keinen zweiten Running Break. Wir gehen mit Austin Hooper. Man ist klar, Austin Hooper jetzt bei uns. Sehr gut. Es gefällt mir. Oh, Gott. Was sind... Ne, wir haben keinen. We didn't had one. Alter, die sind ja alle super schlecht. There have been some great nicknames in the NFL. The steel curtain. The greatest show on turf. But we decided actions spoke louder than words. Also, die Namen waren ja mal mies lost. Mal schauen. Lead Dream Team Tour Championship. Oh, wir haben mal wieder die Chance auf... Einen Super Bowl. Das ist doch mal schön. Wird wieder simuliert alles. Lubisch. Oh, gegen die Chiefs. Okay. Okay, okay, okay. Let's give it a shot. Nochmal Story Session. Na, ich brauche keinen X-Factor. Viel besser, wenn aus den Hooper einen X-Factor hat. Das ist... Das schmeckt. Was? 400 Yards. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Mensch, gefällt mir. Aber ihr werdet wieder nur alle Touchdowns sehen. Sofern welche passieren. Das Game ist schon... Das zeigt gerade nicht so, wie ich es will. Oh, AJ Brown ist viel zu schnell für die Chiefs Defense. Da ist der Touchdown. Damit gehen wir in Führung. Das ist jetzt 7 zu 0. Und die Chiefs scoren nicht. Das ist sehr gut. Oh, mein Gott. Also diesmal läuft es tatsächlich besser. Das ist zumindest schon mal schön. Aber immer ab dem Moment, wo ich 14 Punkte habe, ist es immer kritisch. Also mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Boah. Henry. Maschine. Jetzt hängt sich mal wieder durch. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja. Das Spiel ist zu Ende. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir die 400 Yards geknackt haben. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Das ist zumindest schon mal schön. 210 Passing Yards. Henry hat auch nochmal über 100. Aber ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben. Ich glaube knapp verpasst. Mal schauen. Der Team ist living up to their nickname. Wir haben immer noch kein nickname. Okay. Naja. Mir egal. Wir haben wieder ein Upgrade. Und dann simulieren wir noch. Und dann war es das auch wieder für das Video. Denke ich mal. Außer ich merke nachher im Schnitt noch, dass es viel zu kurz ist. Dann hänge ich nochmal was dran. Hier gibt es ein neues Update. Okay. So langsam. Start hot with a dream team. Get a comeback player. Ja, okay. Lead dream team to a championship. Und make it to the hall of fame. Das sind noch die Ziele. Stand jetzt. Und wir sind kurz davor. Wir brauchen noch 5000. Was heiß ich. XP für die hall of fame. Oder für. First Brawlout hall of fame. Whatever. I don't know. Okay. Ich habe eigentlich das Video bereits fertig gehabt. Also fertig aufgenommen. Ich habe jetzt aber bemerkt, dass das Video viel zu kurz gewesen wäre. Deswegen spielen wir jetzt noch das Playoff-Spiel gegen die Cancel to the Chiefs. Und ja. Gehen wir direkt an. Oh, gibt eine Story. Sehr schön. Oh, gibt eine Pressekonferenz. Just to get to this point. And with every step, the stakes were raised. The press wanted to gauge our confidence level. Jetzt. Ähm, I have the best in the brackets. Ähm. Natürlich. Look at the line-up we're bringing into this game. How is that even a question? Of course we are. Ein bisschen arrogant, aber man muss ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen, ne? I knew the next time we stepped onto the field, would determine whether we kept going or vanished forever. So. Cream of the crop. Clay Young's X-Factor will be activated. Austin Hooper's X-Factor will be activated. 350 Offensive Yards müssen wir schaffen. Okay, das schaffen wir. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht, oder dass ich nicht zu viele Interceptions werfe und dann ist das ganz easy. Aber ihr bekommt jetzt eh wieder nur alle Touchdowns und das Ende des Spiels mit. Also von dem her seht ihr das ähnlich, wenn ich Picks werfe, weil mir das zu peinlich ist. Spaß. Ähm. Ja, ihr seht trotzdem nur alle Touchdowns. Oh, AJ Brown, AJ Brown und da ist das Ding. Ganz schneller Drive. So sehen wir das gerne. Okay, wir klopfen an der Red Zone an oder in der End Zone an. Wir haben Derrick Henry, also laufen wir da einfach rein. Direkt Same Play Again. Ohne lang zu labern. Okay, wir switchen nochmal. Und da ist der Touchdown. So leicht ist das. Die Ravens gewinnen gegen die Jets. Interessant. Und die Chiefs scornen das erste Mal. Das ist schlecht. Aber wir haben ja zumindest eine Führung. Also alles gut bisher. Uh. Touchdown. Der hat mich jetzt überrascht. Ich dachte nicht, dass der reingeht. Ich habe jetzt gerade eigentlich eher mit einem Pick gerechnet, aber... Und nehmen den Touchdown. Sag ich nicht nein. Henry. Für den Touchdown. Was nicht? Noch nicht. Lol. Okay. Dachte er eigentlich, dass wir einen Touchdown. Können wir challengen? Ist ja an sich scheißegal, ja. Wir schmeißen mal die Challenge-Lag. Und schauen, was passiert. Vielleicht kriegen wir einen Touchdown. Mal schauen. Also ich schaue mir das extra nicht an. Uh. Es ist knapp. Das könnte ein Touchdown sein. Das könnte eine gute Challenge gewesen sein. Bitte. Und was ist der Call? Der Call ist... Kein Touchdown. Schade. Also ich habe da den Touchdown gesehen. Aber ich kann das mir jetzt auch nicht mehr anschauen. So. Machen wir wieder dasselbe. So wie immer. Die stellen sich zu eng auf. Also schmeißen wir in den Slant. Und AJ Brown fängt das Ding für uns. Easy. Da ist das Ding. Und das sollte eigentlich der Game-Winning-Touchdown sein. Also das Ding sollte durch sein. 35 zu 14. Scheint mir, als wäre es durch. Also... Und jetzt ist auch noch ein Pick passiert. Also ja, das Ding ist durch. Perfekt. So sehe ich das doch gerne. Wir drücken noch mal einen rein. So zum Abschluss. Weil sich Henry auch noch mal einen verdient hat. Und dann sind wir doch alle ganz zufrieden, oder? Ja, weil Henry macht das immer. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und damit ist das Ding auch durch. 42 zu 14 gewonnen. Und wir kommen ins AFC Championship Game, glaube ich, heißt es. Anyways, wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Und... Ja, vielleicht können wir dieses Mal um den Super Bowl spielen. Vielleicht haben wir diesmal sogar Einfluss drauf. Boah, 151 Rushing Yards. Das ist stark. Also Ziel haben wir auf jeden Fall geschafft mit den 300 Yards. Und da kommen dann auch die Belohnungen für. You let your team to a big time win the playoffs that propels you to the Super Bowl. Aha. Interessant. So, dann können wir nochmal unseren Kollegen hier upgraden. Den guten Link Row. Improvisor ist schon gesperrt. Gehen wir mal weiter auf Strong Arm. Das ist noch zu schwach. Interessant. Mal schauen. Wir sind jetzt ganz knapp vor ein NFL-Icon. Rise to Fame sind wir auf Nummer 6 vom NFL-Leaderboard. JJ Watt bei den New York Jets. Alles klar. Und ja, wir sollen unser Dream Team zu einem Championship führen. Drücken wir mal auf Continue und schauen, was passiert. Pro Bowl Week. Und da sind wir im Super Bowl gegen das Washington Football Team. Interessant. Aber, das gibt es jetzt wirklich in der nächsten Folge erst zu sehen. Also, da wird es jetzt nochmal spannend. Da mache ich jetzt wirklich mal einen Cliffhanger rein. Und ich denke dann auch, dass es vielleicht nächste Woche die letzte Folge sein könnte. Weil danach kommt nicht mehr, also zumindest hier auf den Objectives kommt nicht mehr so viel. Und ja, ich glaube, danach haben wir eh alles geschaffen. Wir sind ja, wie schon gesagt, wir sind ziemlich knapp vor dem Legenden-Status. Aber wir haben 22.700 Punkte. Wir brauchen 25.000. Also, das ist dieses Legacy-Scored, das ihr da in der Mitte seht. Dieses lila-Ding da, was auch immer das sein soll, das Zeichen. Und ja, dann will ich euch auch gar nicht mehr länger hier festhalten, wenn ihr überhaupt noch zuschaut. Wenn ihr noch zuschaut, schreibt mal gerne in die Kommentare. Schreibt Titans vs. Super Bowl in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin noch schaut. Ich glaube nicht, dass irgendwer bis hierher schaut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Würde mich wirklich sehr freuen. Wir stehen ganz knapp noch ein Abonnent zu den 30 Abonnenten. Das ist ein Achievement für mich. Also wirklich, da freue ich mich wirklich drüber, dass zur Zeit gerade ein paar dazugekommen sind. Und ja, also, haut's rein. Servus.